Hallo zusammen. Du bist Rudolf? Ich bin Rudolf von Ruhr, ja, das ist mein Nachname. Rudolf, das ist die Nachname! Aber wer ist Rudolf? Das ist wie Müller, das ist ein ganzer Name, es ist halt einfach dreiteilig. Wie heisst du? Ich heisse Geraldine. Ach, du heisst Geraldine Rudolf von Ruhr. Genau, das ist ein adliger Name, noch von früher. Leider haben wir keinen Schatz mehr. Kommst du aus Österreich oder Deutschland? Von der Schweiz. Ach so, genau. Wie alt bist du? Ich bin 26 Jahre alt. Wie kommst du, als du dich bei DSDS beworben hast? Ja, ich habe schon immer als Kind geschaut und ich bin ein grosser Fan. Und früher hatte ich halt nicht den Mut, hierhin zu kommen und hier zu stehen. Warum nicht? Ja, weil es brachte doch schon sehr viel Mut zum sich überwinden. Das stimmt. Okay, das stimmt. Ja, und jetzt habe ich einfach meinen Mut zusammengefasst und dachte, ja, warum nicht? Verlieren kann ich eigentlich nichts. Okay, alles klar. Was singst du? I Will Be von Leona Lewis. Okay. 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 Das stimmt. Und das stimmt. Wie schön. == Vans! Wie findest du es denn so? Ja, es hat schon einige Töne gehabt, die nicht so auf dem Punkt waren. Schnullhase, ganz ehrlich, unser Spaß, der war so etwa wie beim Verkehrsunfall, ja. Das zieht sich echt in Grenzen. Kannst wirklich nicht sehen. Okay, ja. Sie ist genau gleich, war einfach sehr, sehr schief. Aber das Gute ist, du hast es selber gemerkt. Du hast immer zwischendurch so gemacht. So dieses, oh, der war nicht so gut. Ja. Dass man das schon hört, das ist schon mal gut. Ja. Ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, so ein ganz, ganz kleines Mäuschen, der aus einer riesengroße Kiste so rauskrabbeln möchte. So war das ungefähr. Aber das kleine Mäuschen hat es auf jeden Fall probiert und das, ähm, das muss man schätzen. Dabei sein ist alles. Selber. Ja, ist alles schon gesagt. Okay, es war trotzdem cool, mal dabei zu sein und euch live zu sehen, das war echt ein Erlebnis. Okay, viermal nein, danke schön, dass du da warst. Danke vielmals. Du bist in die Schweiz. Ja, danke schön. Tschüss zusammen. Tschüss. Jetzt muss man den Schweizer nassen, ne? Die sind so sympathisch, auch wenn die rausfliegen. Die sind eben so ausgeglichen. Ja, sind normal einfach. Ja, ja. Voll, voll, voll. Kannst du auch so einen Berg zur Seite schieben? Ja. Okay, jetzt. Ja, weißt du auch. Rudolf von Rohr. Auf jeden Fall sehr, sehr spezieller Name. War schön, dass ich da war, aber jetzt so gut war das leider nicht. Alles gut für euch. Danke schön. Tschüss. 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 Tschüss.